Hallo, da musste ich doch heute zum Montagmittag mal schnell zum Glaserdamm. Denn so viel wie sich hier die letzten zwei Tage getan hat, hat sich ja wochenlang nichts getan. Die Rüstung der neuen Brücke vollständig abgebaut. Hier ein paar Überbleibsel der alten Kabel, wahrscheinlich von Signalanlagen, wer weiß das schon genau. So Freunde und jetzt kommt es. Der Überbau der Brücke wurde am Sonntag am späten Nachmittag herausgehoben und wie wir sehen sind die alten Brückenpfeiler schon fast vollständig verschwunden. Dort im Hintergrund das Schwarze, dort wurde ein Schutz hingehangen, um die neuen Brückenpfeiler beim Abriss der alten nicht zu beschädigen. Und hier sehen wir auch, dass die Gleise demontiert wurden. so an den Brückenpfeiler so an den Brückenpfeiler So, das war's dann mal für den Montag. So, das war's dann. 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 So, das war's dann.